Äh, Freunde, jetzt willkommen zu einer neuen Folge, die ausnahmsweise mal pünktlich kommt. Astronier mit Danny. Hallo. So, in der letzten Folge haben wir exakt hier aufgehört. Ja, jetzt haben wir keinen Sauerstoff mehr. Und Danny hat gerade schon gesagt, er hat eine Überraschung. Und weil ich natürlich wissen will, was diese Überraschung ist. Äh, ja, jetzt muss ich weiter. Ja. Gehen wir erstmal wieder nach oben und kommen hier gleich wieder runter zurück. Dann gucken wir noch in das letzte Teil und tun die Forschungspunkte. Okay, das wird jetzt ein Lauf gegen die Zeit. Mal gucken, ob ich es schaffe bis hoch. Eigentlich müsste es drin sein. Eigentlich auch. Oh. Die Hälfte ist jetzt weg. Ja. Okay. Ja, 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 ja. Tja, und jetzt? Ah, verdammt. Okay. Ja, Felt. So, was, was, was gibt's denn? So überraschend. Ist das ein Traktor? Lol. Wie geil. Überraschung. Okay, passt auf. Nämlich der Traktor ist in der Hinsicht Hammer. Genau. Danke. Dass wir jetzt ein Traktor haben hier. Oh, falsche Taste. Ja. Ach. Tschüss. Tschüss. Nein. Nicht nur, dass man damit übelst schnell fahren kann, weil, ja. Sondern, dass das Ding auch sozusagen seine eigene Luftquelle ist. Das Ding haben sich keine Woche gearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt da dran bin, habe ich Luft. Tja, wenn. Ja, wenn. Ja, wenn. Ja, wenn. Okay, geil. Oh, wenn's windig ist. Also, wenn man schnell genug fährt mit dem Teil, dann. Äh, ja. Macht das sogar seinen eigenen Stroh. Er macht's gar nicht. Der Wind läuft gerade nur. Ja, okay, der Wind läuft. Gut. Überredet. Jedenfalls können wir damit jetzt rumfahren und die Welt erkommen. Machen wir den Generator aus. Hab ich schon. So, grüß. Ich denke auch an die Umwelt. Ja, können wir jetzt rumfallen und ein bisschen die Welt erkunden. Denken wir an die Ressourcen. Ja. Dann warten wir bis wir 1500 haben, dann holen wir gleich einen Anhänger dafür. Mhm. Okay, eigentlich könnten wir das wirklich machen. Was braucht denn der Anhänger? Braucht der Kupfer? Der braucht Aluminium und Gemisch. Mit Kupfer ist Spaß am Umgehen, gell? Ich hab nur ein, äh, nur einmal Archiv gefunden. Ja, immer doch. Hier ist noch so eine Batterie. Natürlich eine leere Batterie. Komm, wohl eigentlich 100%-Sichtien für Batterien, oder? Kannst du zaubern, bitte großen Kanister herstellen. Schlimm. Eigentlich will ich mal ein, was wird's inzwischen alles machen können. Oh, hier ist richtig viel Harz. So richtig brutal viel Harz. Ich will... Haben wir Keramik? Komm, ich will für das... Ich will so ein hohes Lager wieder mal anschauen. Brauchen wir gerade Harz? Nee, ich... Nee, ich... Aber hol trotzdem mit. Okay. Haben wir Keramik, ja, weil. Dann sauge ich das mal schnell alles ein. Wo stelle ich das? Ja, ich hab' ich nicht hier, oder das hohe Lager. So. Yo. So schnell hab' ich geflitten und nie Harz gefahren. Okay, voll. Ähm... Ich hab' ein hohes Lager. Und? Was ist damit? Wie hoch ist das? Komisch ist das. Das heißt... Kann man da Arbeitslichter machen? Du hast dafür dein Licht? Oder für was ist das gedacht? Ich sehe den Nutzen darin nicht. Das ist einfach nur so ne Stange mit drei Slots dran. Echt jetzt? War die teuer? Ja. 400 Bytes. Nein, Keramik. Kann man von den Sourcen her? Keramik? Nein, Keramik. Weiß nicht, was das für eine Spielerei sein soll. Ich will auch kurz ne Astropedia mal reinschauen. Weiß nicht, in der Geräte drinne? Sourcen, Anfertigung, ne. Ne, ich wollte wegen Planeten eigentlich schon. Ah, ist das das hohe Lager? Ja. Ähm. Wir müssten theoretisch auch Kalidor... Ja, man kann aber es nicht dran machen, siehst du? Ähm, hab ich ja. Ähm. Nein. Ich glaube, wenn wir irgendwo hin müssten, dann vielleicht so Kalidor, weil dort gibt's primär, ähm, Malarit. Ah. Ich glaube, Wolfhanit braucht man erstmal nicht. Ich mach ja vorne mal an das Auto ne Batterie dran, weil dann, wenn der Wind dann ab und zu mal weht, dann reicht das ja schon eigentlich. Äh, wir sind doch auf Silvia, oder? Ja. Oder Silvia. Das ist doch Sonne und Wind Mittel. Ähm, Auto halt eben. Das Auto hat jetzt ne eigene Batterie. Äh, ja. Wir sind voll elektromobil. Und der beste Planet zum Leben ist eigentlich No-Novus. No-Novus? Dächtig, weil da ist Sonne und Wind hoch. Ist No-Novus nicht das übelste öde Ding? Ja, aber Sonne und Wind ist hoch. Aber Schwierigkeitsgrad, guck mal da. Mittel. Es gibt nur, äh, einen mit schwer und einen mit sehr schwer. Ja. Achso, okay, sehr schwer. Oh Gott, der ist übelkacke. Na gut. Ähm, unser Traktor lädt. Warum lädst du den auf, wenn da ein Solarmodell drin ist? Äh, kann noch so rummachen. Ein lädt der Traktor. Ey, das ist eigentlich wirklich voll geil. Ein entlädt der Traktor sich in die Karre. Also nicht in die Karre, sondern in die Base. Na gut, eigentlich ist das auch Schwachsinn. Einmal an die Umwelt. Ja, ich denke an die Umwelt. Wie viel weit, warte mal, wir haben jetzt 1100. Äh, wir brauchen noch ein bisschen. Ich geh nochmal in die Höhle. Und. Jo, hab ich gesagt. Jo, okay. Und mach dann noch dieses eine Ding auf. Hier drüben ist auch irgendwas, welches ich gerade richtig gesehen habe. Hier geht die Höhle weiter. Jo, was ist denn hier los? Eis. Hier gibt's noch jede Menge Energieteile zum Aufmachen. Das muss ich mir mal merken. Wir gleich. So, hier hinten war ich gerade schon. Da ist das neue Energieteil, was ich noch aufmachen möchte. Aber wo hab ich jetzt meine Plattform hingestellt? Müsste hier drüben stehen. Nein, das ist sie nicht. Aber das ist sie. So, da hinten ist jetzt noch ein Energieteil. Das fuhre ich mir schnell. Das heißt, ich muss bis darin da erstmal ein Kabel ziehen. Geil. Jo. Ich weiß nicht, kann ich gar nicht wirklich vergleichen. Okay, da hinten wären jetzt noch übelst viele Energieteile. Ich glaube, ich gehe die auch kurz aufmachen. Problem nur ist, dass ich irgendwoher organisches Zeug brauche. Oh, hier geht's auch weiter runter dann. Das kann ich mir mal merken für nachher. Weil weiter runter ist gut. Da gibt's dann geilere Scheiße. So, stellen wir einfach das mal kurz hier hin. Und sammeln so ein bisschen diese Höhlenpilze hier ein. Äh. Das ist zwar nicht die schönste Art, um organisch ein Kram zu farben, aber es funktioniert. Oh. Okay, das ist ein Bitterbitter. Oh. Okay. Das habe ich alles schon aufgemacht. Gut. Dann sammle ich die Dinger erstmal ein. Und gehe nach oben. Was ist das da hinten eigentlich? Das will ich noch kurz vorwissen. Was ist das hier nochmal für eine Ressource? Haben wir das schon da? Quarz! Hier ist übel viel Quarz. In Erinnerung, dass es eigentlich erst viel tiefer kommt. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Hast du die Base verloren, oder was? Hm? Hast du die Base wohl verloren? Ja. Hey, hey. Oh Gott. Oh, hier mache ich auch nochmal eine Quarz-Ding. Das heißt, ich bin definitiv mehr als falsch. Ich sage einfach mal so, äh, der Planet ist runter, du wirst irgendwann wieder hier ankommen. Nein, hätte ich nicht gedacht. Nur ich möchte gerne jetzt noch ankommen. Ey, das wird schwierig. Da. Oh, was ist denn hier los? Keine Power mehr. Oh Gott. Hier gibt es manchmal so, so, so eine Art, so kleine Schluchten. Vielleicht beinahe reingefahren. Und jetzt habe ich mich auf den Kopf gelegt und rutsche ich, glaube, rein. Nee, da nicht. Gut. Ich habe alles ohne Kontrolle. Weißt du, was kacke ist? Was denn? Ich will keinen Strom haben. Ich weiß noch, einen Generator. Ich habe mal den Reaktor angeschmissen. Da ist er nachts über Generator, nachts über Generator, tagsüber, so da. Ja. Wie viel, wie effektiv ist dieser komische Generator, bitte? Ja, er kann einen Schmelzofen und einen Forschungskammer betreiben. Nell. Ich glaube, ein Solarmodus ist genauso effektiv. Er macht einfach die Batterien easy voll hier. Ich habe mich derbe verfahren. Nein. Ich bin in die Schlucht gefallen. Au, 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 au. Wirst du wieder raus? Es ist eine Schlucht. Ja, okay, falsche Frage. Ich erkunde jetzt mal den Grand Canyon. Aber hier sind jetzt schöne Hüllen. Was braucht man eigentlich für das kleine Shuttle? Zwei Aluminium. Easy. Oh Gott. Jetzt bin ich auch noch in die Höhle der Schlucht gefallen. Ich glaube, ich trug mir auch mal so ein... Ne, warte mal. Du, ein Traktor und eine Batterie soll das jetzt allzustimmen, oder? Ich weiß gar nicht, was eine Batterie kostet. Ja, ich glaube noch. Wir haben, haben wir zweiter eine da sind. Batterie? Sagst du, die, was ich, was ich alles gefunden habe? Seit einem guten Traktor. Den muss ich vielleicht halt, äh, sterben. Ohne den Traktor. Hast du schon einen Hänger für das Ding gerade? Einen Hänger habe ich erforscht. Hast du aber schon einen dabei? Nein. Nein. Oi. Äh. Ähm. Warte mal. Hä. Warte. Nein, ich will den auf den Boden setzen. So. Und jetzt... Jetzt auf der Klettertour kein hohes Lager. Traktor. Zwei Alu. Braucht man für das Ding. Okay. Gut, da haben wir unseren Traktor. Gut, dass ich mich hochbauen kann. Ähm, ich versuche irgendwie noch hier raus und zurück zu kommen. Okay, wir haben jetzt leider einen Traktor. Und der Hänger braucht ein Gemisch und ein Alu. Ja, das ist eigentlich billig. Mach ich auch noch einen Hänger dazu. Die Höhle bin ich wieder draußen. Ich... Haben wir irgendwo noch gemischt liegen? Unglaublich. Ich bin direkt... Ach, da ist noch welches. Kannst du das sehen, ey? Das ist doch so lächerlicher. Ich bin aus die Höhe... Es bin... Ich bin aus der Höhle raus. Nur ich habe da so einen ganz kleinen Spalt offen gelassen. Oh nein, oder? Was, habe ich gerade noch einen Traktor gedruckt? Ja. Oh nein, das wird ein Hänger. Glück gehabt. Achso. Wow, da kann ich... Okay. Jetzt habe ich es schon... Jetzt muss ich nur noch aus der Schlucht raus. Ach, da hinten kann ich das jetzt anstipseln? Also, musst du mal merken, ich glaube, solche Schluchten sind jetzt so die neue Möglichkeit. Für? Für Höhlen, oder? Teilweise. Aber ich glaube, man kann sich einfach da runter buddeln, das geht genauso. Oh, das ist jetzt so fester Stein, ey. So, sauber einparken und ankuppeln. Was? So ein Fake. Was? Kann ich... Kann man den Traktor anheben? Nein. Ich glaube schon, oder? Kann man nicht. Also, wenn das jetzt nicht geht, dann bin ich aber traurig. Okay. Na gut, wir haben einen Traktor angekuppelt. Hm. Die nächste Zimmer noch fest. Mittelgroßes Lager. Das glaube ich. Okay. Dann drucken wir mal ein bisschen Kram jetzt. Weil, wir können ja, ne? So, soll ich dich jetzt retten kommen? Äh, ich... Wenn ich wüsste, wo ich wäre, könntest du gerne kommen. Aber ich weiß ja nicht, wo ich bin. Ja, okay, das wäre natürlich essentiell, dass du weißt, wo du bist. Überleben tue ich ja. Ministerklin, Generator, Arbeitslicht, Solarmodul. Haben wir gar keine kleinen Windturbinen zum Forschen? Doch, mittel, doch müsstest du eigentlich. Wo kann man die machen? Also nicht zum Forschen, sondern zum Bauen. Ich glaube, beim kleinen Drucker. Okay. Ich guck mal. Mittelgroßes Lager, hohes Lager, bla 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 bla. Nein, kann man nicht. Weil, hier, das ganz kleine Solarmodul kannst du ja auch hier machen. Wo ist der Traktor? Ach, nö. Ich würde den Traktor nicht mehr schwer verstecken. Ist der Traktor... Hier, kleine Wind. Soll ich die mal erforschen? Für 500? Ich werde sterben. Oh, nein. Weißt du... Ich habe keine Ahnung, wo ich den Traktor in gestellt habe. Okay, dann erforscht ich das jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, der ist wunderbar gefallen. Wo habe ich vorhin das Quarz hingeschmissen? Hier. Scheiße, Alter. Hier. Ah, da ist ja welches. So, Verlust. Eine Lampe, zwei Batterien, eine kleine Windturbine, ein bisschen Ammonium. Oh, Mann, ey. Ja, die Windturbine können wir easy ersetzen, aber die Batterie ist halt schade, ne? Ja. Hier, kleine Batterie brauchen wir 2000 Fickenpunkte, um die zu erforschen. Und dann erforschen wir gleich eine Mitte. So. Aber hey, hier bin ich. Und der Generalturbine, hier kann man das jetzt irgendwo machen, aber es legt eine kleine Windturbine. Ja, bist zwar da, aber ohne Dienste. Soll ich versuchen, es wiederzuholen? Weißt du, in welche Richtung du bist? Ich glaube schon, ja. Okay, pass auf. Ist immer eine Windturbine für mich. Ich mach das, Junge. Das bräuchte ich mir noch. Dann kann ich mitfahren. Ja, warte mal. Kann wir... Musst du vorne dran tun. Bist du vorne dran? Ja. Hast du auch noch... Du kannst ja mal... Was kostet denn denn Rovers jetzt? Dann können wir einfach zusammenfahren. Lassen wir das Lager jetzt hier. Vor allem, ich kann ja das sogar noch lenken. Nee, tu drauf. Tu es mal drauf. Fahr mal so los. Mal schauen, ob das klappt. Wir bräuchten nur zwei Gemisch. Für den Rovers? Jetzt hast du den schon erforscht. Ja, der ist da. Den haben wir. Ach so. Ach so, ja. Gut, dann geht der. Aber wir haben... Wir haben ja... Ich hab halt nur ein Gemisch. Warte, wir haben eine Senzgefuge. Ah. Macht der jetzt. Die macht der. Optimal. Dafür verwenden wir unsere gute Erde. Ah. Gott. Ich so, hm, was ist denn jetzt so los? Und dann, bumm. Wie lange hat das gedauert, der Ton ist drunken. Fertig. Dann fahr ich am besten, ey. Ich als Bruchpilot. Ich fahr. Den aber. Okay. Okay, du kannst auch machen das BKL eigentlich. Nee, 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 dann fahr du. Warum denn jetzt ist eigentlich den kleinen Drucker? Ach, den kannst du so entstellen. Ja, kann man einfach mal hier so drauf klemmen, ne? So. Nein, ich kann das Lager... Nein! Lass doch das Lager da stehen. Gott. Was tust du, Junge? Okay. Hier. So, in welche Richtung bist du gesüßt? Äh, steig mal kurz aus, nochmal. Okay. Steig ein. Ob unsere Helden in der nächsten Folge den Traktor retten können oder auch nicht, erfahrt ihr dann. Am Mittwoch kommt wahrscheinlich auch schon gleich die nächste Folge von Astronias. Tut mir leid, dass diese Woche leider kein aufwändigeres Video kommt, aber ich hab's zeitlich einfach nicht geschafft. Na gut, dann aber bis zum nächsten Mal und ciao, ciao! Outro